Hi Leute, ich habe gemerkt, meine Community wächst in kleinen Schritten immer mehr. Ich wollte mich einfach mal nur bedanken. Es ist zwar eine kleine Community, aber ich schätze sie trotzdem sehr. Die neue Staffel von Köln Erleben wird bald veröffentlicht. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit den weiteren Videos. Für mehr Content könnt ihr mir auch gerne auf anderen Plattformen wie Twitter, Instagram und TikTok folgen. Und auch natürlich hier, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dort könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Kommen wir auch langsam zum Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und naja, was soll ich noch sagen? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.